Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Oh, Musik Bullock. Alles klar und tschüss. So, den braucht nämlich wirklich keiner. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Rapper Tire Box nach wie vor mit Rapper Klaus, Drehender Jeff, Eugene Belcher, Rollerdisco, Courtney, Earl Skiddars und Klaus. Heißt, I met Rapper Klaus, Death Metals, One Man Musical, Rota Rodriguez to Real und Dream Guitars und Kirsten Clarinets als Combo Masteries. Ich habe schon in einem anderen Video vorgestellt. Und hier aktuell zur Valentine's BGE, so der zum Valentine's BGE, der Michael Dangle Lowe, beziehungsweise hier Michael Dangle Lowe, Roger Sexy Shorts, Lois Griffin, Kreissäge, Planet Express Schiff und Francine Smith. So, schauen wir mal in die Gegenstände rein. Der Esmer, S&M Peter, der Name ist Michael Dangle Lowe, Lounge Singer Hayley, Quickie Kiss It, Cupid Bobby, Goddess of Beauty, Das ist S&M Lois, Sixth Punt, T-Cum, Roger Goes Down, Belshazz Date Night, Price Macaroni Art, genau. Und hier Bender in Love. So, also, auf jeden Fall sehr unausgeglichene Kombos, sage ich mal. Das sind darauf ausgelegt eben, dass du hier dann dieses Planet Express Schiff hast, zum Beispiel. Äh, ja, Kunst und Musik, naja, muss man mal schauen. Oder schreibt mir doch einmal, wie ihr jetzt damit klarkommt, auf welche Kombos habt ihr denn überhaupt gesetzt, dieses Mal bei diesem BGE. So, dann haben wir hier eine Lila und dann haben wir hier ein Epic Bob Pack. Und dann haben wir hier das Mythic Bender Pack. Mit Mythic Bender, Heavy Metal, Hayley, Draynor Jeff, Big Mountain, Fudge Cake und Eugene Belcher. Und es wäre natürlich geil, wenn man da einen Bender locker mal so rausziehen könnte. Das ist leider nicht der Fall, trotzdem sind die Karten gut. One Man Musical. Courtney is Dead, Draynor Jeff, Nibbler on the Roof oder Nibbler auf dem Dach, Mac Griffin und Philip J. Fry. Klingt wie eben gerade beim Bender. Mythic Pack ist aber die One Man Box, ohne Mythic Bender. Dafür mit One Man Musical und mit höherer Wahrscheinlichkeit eben genau diese zu ziehen. Auf jeden Fall eine mega coole Box und für 800 Gems absolut empfehlenswertes Sonderangebot. So, dann sind wir auch schon angelangt in der Meisterschaft. Und dann haben wir hier gleich am Anfang einen absoluten Oberknüller. Ja, das ist der Freshman Chris, allerdings zu 500 Gems. Aber beim Freshman Chris kann man sich das wirklich mal überlegen. Weil das Ding, das werden wir gleich hier sehen, ballert ganz gewaltig. So, hier gucken wir mal rein in den Freshman Chris. Und das ist dieser da. Ja, natürlich rede ich hier jetzt nicht von der Common Variante, sondern ich rede von der legendären Version. Und dann sind wir hier unten. So, und hier sehen wir es auch schon gleich. Bei Tom Landry Middle School haben wir sensationelle 25-fach Punch und 24 Anker. So, das sind schon 49 im First Hit. Und hier unten haben wir, ja gut, bei James Woods High School ist es nicht ganz so stark. Hier haben wir nur 23 und 20, also 43 im First Hit. Wenn wir allerdings jetzt mal davon ausgehen, dass wir da 10% drauf klatschen würden, dann hätten wir hier bei der Tom Landry Middle School, ja, müssen wir mal kurz rechnen, ballert, ballert, plus 2 oder plus 3. Also sagen wir mal, wenn du es zweimal machst, hättest du zumindest mal 30 Punch und wahrscheinlich vermutlich 29 Angriff. Das heißt, du wärst bei 59 insgesamt im First Hit. Hinter einer Mauer, mega stark, aber, ja, ich meine, 500 Gems sind halt echt viel, ne? Das ist schon echt mega viel. Wir müssen halt einfach mal das in Relation setzen. Gut, wenn du Pech hast, machst du einen Pack auf und ziehst halt nur eine epische. Hier hast du definitiv den Bonus. Ist schwer zu sagen. Ist auf jeden Fall eine mega geile Kombo. Und hier kann man sich tatsächlich überlegen, ob man da mal einen Gems ausgeht. So, dann haben wir den Money Retriever. Oh, was ist das denn? Das ist ein Jean mit Bag of Nickels, mit Geldkarten. So, und dann kommt da rechts so ein Käseball raus. Einmal mit Cheers und einmal mit Stoß durch die Mauer. Also völliger, naja. Scharot. Gehen wir gleich weiter. Babysitter Lila ist die nächste Kombo. Und die sieht folgendermaßen aus. Das ist diese Dame, eine Lila. Und danach haben wir hierher. Ja, und dann kommt da rechts, kommt eine Kombo raus mit Field Cheers. Mit viel Cripple All Angriff und Leben, die hinzukommen, wenn eine Kombo gespielt wird. Und hier kann man sich tatsächlich jetzt mal überlegen, also wenn man da 10% rufklatschen würde. Das ist ein 20-fach Cheers. L-fach Cripple All Angriff, 25 Leben, wenn eine Kombo gespielt wird, mit hinzu. Und über 30, also 31 Angriff und 61 Leben. Das ist nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Babysitter Lila kann man sich überlegen, muss man sich aber nicht überlegen. Also es ist echt eine reine Geschmackssache. Ist nicht schlecht die Kombo, ist aber auch jetzt nicht der Oberbringer. Aber man könnte 1000 Steine rein investieren. Aber ich warte lieber auf interessantere Kombos. Und jetzt kommen wir zu einer. Die ist zum Beispiel sehr interessant, aber nicht zum Kaufen, sondern einfach nur zum Staunen und Wundern. Was ist das? Bender is great, Bender is great, 34. So, what is this? Das ist einmal ein Bender mit Gaming-Karten. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt hier den Mythic-Bender nehme und eine Burger Boss zum Beispiel. Oder machen wir es anders da oben. Wir nehmen da oben die Propane. Das ist super witzig, ja. Die Propane, die ist dann stärker als der Burger Boss. Jetzt guckt euch das an. Dann hast du hier plötzlich anstelle von 18 Punch hast du oben 19 Punch. Anstelle von 19 Angriff hast du 20 Angriff. Die Leben bleiben gleich. Du hast oben sogar mehr Mauer und mehr Stoß durch die Mauer. Und bist dann tatsächlich hier, ja. Das ist die bessere Kombo, obwohl sie mit einer Common Propane ist. Ja. Crazy Shit. Die blaue ist besser als die lila. Jeppi, jajay, Schweinebacke. So. Und da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln. Und das gibt es alles nicht. Also. Wenn sie irgendwann mal vielleicht mal eine coole Gaming-Legendäre Karte rausbringen oder so, dann kann man sich das echt noch überlegen. Weil die Gaming-Karten-Kombos, die waren echt gut. Da kann man nicht meckern. Nur eben, was willst du mit einer Combo, wo die Common die Beste ist. Also. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja. Da wisst ihr dann, dann hüppig hier im Dreieck. Äh, ja. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem in gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.